Ohr Hallo Leute das ist ein kleines Info-Video von Minecraft 1.4 wie die Kamera schon zeigt alle neun Blöcke und so es tut uns leid dass die Kamera gar ein bisschen spackt normalerweise ist das anders aber ich hoffe ihr könnt nichts lesen weil ich mich auch gerade nicht kann ja okay ich kann euch ja jetzt mal alle neun Blöcke sagen es gibt einen Leuchtfeuerblock der Bacon heißt ein Kommando-Block Rahmen für Ideen und Blöcke womit ihr das an die Wand tun könnt und Blumentel für Pilze und Blumenrein können und viele weitere neue Blöcke die neue Ideen Lederrüstung kann gefärbt werden sowie die Halsbänder von Hunden und Karottenrute mit der sich verrückte Schweine steuern lassen das heißt Schweine auf die man reiten kann lassen sich steuern ja und viele weitere Mops NPCs neuer Mob Leder gelangt Neuer Bosnock Quitter Manker können Rüstung und Waffen tragen und Hühner fressen Weizen Samen oder euch zwei Weizen-Felder Fett zählt rechten Held und Fenja wie findest du die 1.4 für Minecraft keine Ahnung ich hab schon nie gespielt ich war aber ich werde heute aber erst nur sechs Stunden Minecraft wenn ich schaffe das einige Sondereinstellung für mich bei er nicht erfolgt auch Let's Play und dann gibt es auch besser Grafik hoffentlich auch mit der 1.4 und schönes Leben noch Tschüss Miau Musik 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 Musik